Okay, ich blicke da irgendwie nicht durch, was ich tun darf und was nicht. Oder war er sinnlos, deswegen... Also, ne, war er nicht relevant dafür, deswegen musste ich ihn verschonen? Hä? Hä? Ne, das ist doch hier die richtige Seite. So, wie komme ich denn jetzt da durch? Wenn er die ganze Zeit so steht, ne? Ja, warte, warte, warte. Da sind Sachen, die ich scannen kann, verdammt. Das ist wieder ein Typ. Ich fühle mich hier nicht sicher, darf ich das mal so sagen? So. Der kann mich nicht sehen. Aber wenn ich die nicht umgenäht kriege, dann kann ich da auch nichts scannen. Wahrscheinlich sind das einfach nur Hilfsmittel, die ich, wie ich gerade lustig bin, aktivieren kann oder eben nicht. So. Jetzt ist da noch einer. Aber ich muss ja, glaube ich, da hinten rein. Das heißt, was kann ich hier scannen? Ah, ja. Was? Oh, nee. Oh, nicht schon wieder. Scheiße. Mann, ich habe doch gar nichts gemacht diesmal. Ja. Oh, ich bin fast tot, oder wie? Chill. Schieß dir in eine andere Richtung, wie wärst du mal damit? Lass dich mal rein, bitte. Danke. Ach, die Tür ist zu. Okay. Okay, wir haben nur einen getötet und die da vorne. Huch. Moment, Moment, ich kann da noch was scannen. Okay, so, wo ist das Bild? Da ist das Bild. Okay, wir kommen hier also nicht weiter. Also, wir kommen hier wirklich nicht weiter. Wir können uns ja trotzdem noch mal umschauen. Finde ein Bild mit Binärcode und betritt den Ermittlungsraum. Ja, ja, ich wollte nur sicher gehen, dass wir hier nichts vergessen. Ich gehe da ja schon hin. Ähm... Ich bin in der Filing Cabinet wieder, nicht? Aber was sind diese? Weapons, Mr. Black. Ein persönlicher Armour, wenn Sie sagen. Ich dachte, du sagst, ich sollte nicht töten. Was ist das, was über die Erinnerung der Erinnerung? Die mehr Erinnerung, die du herauskommst, desto weniger erinnern wir die Erinnerung. Du sagst, dass ich all die Erinnerung für die Erinnerung bekomme? Das ist auf dich, Mr. Black. Aber wenn du das machst, werden die Erinnerungen mehr stabiler, das bedeutet, dass ich dich mit einem neuen Spiel hervorheben kann. Krasser Scheiß. Steht denn hier auch ungefähr, was das ist? Pff. Mhm. Jasper's Dying Minutes. Okay, wir haben einiges übersehen. 66 Prozent. Kidnapping, diese Zahl sagt mir irgendwie gar nichts, aber okay. Drei Fälle fehlen uns noch bis zum Ende. Und hier ist noch ein großes Brett. Das ist doch dasselbe Bild wie das hier, oder? Ehrlich gesagt. Das heißt aber eigentlich, die Intention war ja jetzt, dass wir nicht ballern sollen, sondern eigentlich Beweise sammeln. Na gut, dann gehen wir hier nochmal rein. Um dadurch da hinten weiter zu kommen scheinbar. Um dadurch da hinten weiter zu kommen scheinbar. Scheinbar. So. Proceed. Äh, irgendwie ist das lustig. So ein bisschen wie Listen and Repeat. Äh, warte mal. Da läuft doch einer, oder? Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, ha. Und nicht nur einer. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, da oben werde ich auf jeden Fall gesehen. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll war. Ich dachte, es kommen Dinge hinzu und nicht, es kommen Dinge weg. Der ist da hinten, aber... Aha, der kommt gerade wieder. Scheiße. Ach, ich darf ja nicht rennen. Ah. Okay, das ging nochmal gut. Macht es Sinn, sich denn hier umzusehen? Während er da hinten so rumeiert? Ja, ja, ja. Da irgendwo ist einer. Oha, ja. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Komm, geh wieder nach hinten. Nein, 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 nein. Genau. So ist richtig. Du siehst uns nicht. So. Jetzt wieder warten. Theoretisch könnte ich ja hier schon hin. Da drüben wird es furchtbar. Wie soll ich das denn schaffen? Oder ich muss oben rum, aber ich... Puh. Nein. Kann ich irgendwas scannen? Nee. Ich bin noch ein bisschen zu zögerlich. Jetzt kommt der Tünnis doch gleich wieder. Vielleicht sollten wir auch erstmal nach oben gehen. Nein. 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 Was muss das für eine geile Synchro gewesen sein, die ganze Zeit so ins Mikro zu atmen? Sehr cool. Oh. Oh. Oh Gott. Hey, jetzt sag mir nicht, ich muss runter, um das scannen zu können. Hallo. Das ist doch jetzt albern. Da ist nämlich auch einer. Ich meine ja nur, ne? Oh Gott, der sieht mich doch auf jeden Fall, wenn ich da hinlaufe. Also war das eher zum Auskundschaften und ich muss sowieso wieder... ...da rüber. So, du siehst mich nicht. Ich weiß nicht, Archibald. Hm. Schiss. Ah. Na komm, Knilch, beweg dich. Da ist er. Jetzt warten wir ganz gemütlich, bis er da rüber gelaufen ist. Jetzt. Es wäre so viel einfacher, wenn man die Leute alle abknallen dürfte, aber gut. Da war nix. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Guck. Ja. Drei. Ja. Oh, 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 oh. Beruhig dich. Okay, der geht gerade da oben lang. Irgendwas lässt sich da noch scannen. Aber ich sehe nicht was. Und irgendwas lässt sich da noch scannen. Aber auch da sehe ich nicht was. Ups, Faltetaste. Oh nein. Dieses Spiel. Darf ich bitte wieder in das Spiel? Ah, Mann. Okay, ich bin auf die Windows-Taste gekommen und irgendwie hat er sich jetzt komplett ausgeklingt und ich komme auch nicht mehr rein. Ja. Hervorragend. Das heißt, ich kann das gleich nochmal machen. Na gut. Ja, das bedeutet, das ist jetzt hier eine kleine Zwangspause. Wappenkack. Na ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüssi. ... ...